Frau Indy, schön, dass das klappt. Wir reden über Entwicklung bei Menschen hautnah. Da sind Sie von einem Twitter-Nutzer auf Ungereimtheiten in drei Filmen der Reihe Menschen hautnah hingewiesen worden. Dieselben Protagonisten waren in einigen Filmen dann unterschiedlich alt und hatten unterschiedliche Namen. Sie haben das geprüft und sich letztlich von der Autorin getrennt. Was war letztlich, also sich von der Autorin trennen, ist schon eine harte Entscheidung. Was war ausschlaggebend? Also richtig ist, dass uns ein Twitter-Nutzer, Paul Bartmuss, in dem Fall darauf hingewiesen hat, dass es diese Unstimmigkeiten gab. Dem sind wir auch erst mal dankbar für den Hinweis. Wir sind den Hinweisen dann nachgegangen und haben die drei Dokumentationen, die die Autorin insgesamt für uns gefertigt hat, sehr intensiv geprüft. Dabei ist, was diese Unzulänglichkeiten angeht, herausgekommen, dass Jahresbezüge falsch waren, dass Altersangaben falsch waren. Da hat die Autorin also unsorgfältig gearbeitet. Das Versäumnis der Redaktion an der Stelle war, nicht klarzustellen, dass das Paar insgesamt in drei Dokumentationen von Menschenhautner absichtlich aufgetaucht ist. In Dokumentation 1 und 2 wurde die Geschichte erzählt, dass Manuela, ist nicht ihr Klarname, aus der Ehe ausscheidet, weil sie sich verliebt hat. Und in Dokumentation 3 wurde erzählt, dass sie aus Vernunftgründen in die Ehe zurückkehrt. Das hätte die Redaktion transparent machen müssen, genauso wie sie auch hätte transparent machen müssen, dass eben gewisse Protagonisten nicht mit Klarnamen auftreten wollten. Dadurch ist es zu diesen Verwirrungen gekommen, dass das passiert ist. Tut mir leid, sowas gehört sich nicht. Ausgehend davon haben wir dann aber diese drei Dokumentationen sehr intensiv geprüft und sind auf weitere Fehler gestoßen. Unter anderem ist dabei aufgetaucht das Thema, dass zwei Protagonisten, also nicht dieses Paar, was schon in drei Dokumentationen war, sondern zwei weitere Protagonisten über komparse.de gefunden worden waren. Das hatte die Autorin gesucht und darüber hatte sie die Redaktion nicht informiert. Das ist inakzeptabel für ein dokumentarisches Format wie Menschenhautner, haben wir dann eben erst im Rechercheprozess festgestellt. Ausgehend davon haben wir gesagt, wenn zwei Menschen über komparse.de gekommen sind, gucken wir uns sehr intensiv an, wie können wir bewerten, ob deren Aussagen authentisch sind, weil das ist das Pfund, mit dem Menschen hautnah auch wuchert an der Stelle, haben uns also in dem Zusammenhang eines Protagonisten von komparse.de das ganze Drehmaterial angeguckt, wo er mit seiner Frau aufgetaucht ist und über seine Beziehung spricht. Wir haben festgestellt, die Beziehung ist vollständig echt. Wir haben es also nicht mit einer Fälschung zu tun. Es ist ein Paar, was seit über 30 Jahren zusammenlebt, was drei Kinder gemeinsam hat, was Höhen und Tiefen in der Beziehung durchgeht. Es ist also alles echt. Also eigentlich kein Problem? Doch, es gab ein Problem, weil wir bewegen uns in einem Rahmen, wo wir es mit emotionalen, weichen Geschichten zu tun haben. Also Faktencheck ist schwierig. Trotzdem haben wir bei Sichtung des Drehmaterials festgestellt, dass Inhalte aus diesem Interview in unzulässiger Weise zugespitzt worden sind, dass also das Gefühlsleben des Paares nicht angemessen dargestellt worden ist. Auch darüber hat uns die Autorin nicht informiert. Und das war an dieser Stelle, diese inhaltliche Zuspitzung, inakzeptabel. Das war ein Vertrauensbruch mit dieser Autorin. Die Redaktion arbeitet mit einem großen Vertrauensverhältnis mit den Autoren zusammen. Und deshalb haben wir dann, als wir das festgestellt haben, haben wir gesagt, mit der werden wir in Zukunft nicht zusammenarbeiten. Wir werden sie nicht weiter beauftragen. Also ausschlaggebend war tatsächlich dann die verzerrte Darstellung letztlich der Geschichte. Genau, ausschlaggebend war die verzerrte Darstellung der Geschichte. Um nochmal über, das war ja am Anfang auch Thema, Sie haben ja zwei Pressemitteilungen rausgegeben, die Form der Protagonistensuche zu reden. Kompase.de, die Adresse letztlich des Portals, suggeriert ja erstmal, da werden Leihendarsteller, Schauspieler letztlich gesucht. Am Ende waren das aber, wie Sie sagten, Protagonisten mit einer echten Geschichte, die etwas erzählt haben. Warum haben Sie da trotzdem Probleme mit? Also über Kompase.de, wie Sie schon sagen, werden nicht nur Darsteller und Schauspieler vermittelt, sondern auch Protagonisten mit echten Geschichten. Es ist aber bei Menschen hautnah absolut wichtig, dass wir zeigen, wir erzählen authentische Geschichten und wir erzählen echte Geschichten aus dem Leben. Ich habe für Menschen hautnah, für ein dokumentarisches Format, was mit Gefühlsgeschichten umgeht, diese Form der Protagonistensuche ausgeschlossen. Ich möchte das nicht für alle Formate ausschließen, aber die Tatsache ist, dass wir hier von einer Autorin darüber nicht informiert worden sind, dass sie das getan hat. Es muss erstens vollständige Transparenz herrschen. Wenn eine Autorin über Kompase.de sucht, muss die Redaktion informiert sein und dann muss sie im Einzelfall entscheiden, ist es eine echte Geschichte, die wir in diesem Zusammenhang verwenden können oder nicht. Wir müssen ausschließen können, dass diese Person finanzielle Interessen mit ihrem Auftritt verbindet, also sie erzählt ihre Geschichte, weil sie dafür bezahlt wird. Und oder wir müssen ausschließen können, dass diese Person schon als Darsteller in verschiedenen anderen Rollen, in verschiedenen anderen TV-Formaten aufgetreten ist. Und das ist einfach für Menschen hautnah ein dokumentarisches Format, was echte Lebensgeschichten erzählt, nicht akzeptabel. Deshalb habe ich für diese Redaktion diesen Rechercheweg ausgeschlossen. Dann geht es um Glaubwürdigkeit letztlich? Ich habe keinen Zweifel an der Echtheit der Geschichten. Sowohl Sascha, also das ist der erste Protagonist von Kompase.de, als auch Rolf, der zweite Protagonist von Kompase.de, haben uns ihre Geschichten mündlich und schriftlich bestätigt. Sie haben gesagt, wir haben ihre Geschichte richtig wiedergegeben, aber es bleibt der Anschein bestehen, dass diese Menschen über eine Seite vermittelt wurden, wo man Geschichten möglicherweise für Geld erzählt oder sich eben Rollen für Geld anbietet. Und das ist ein Anschein, den wir nicht akzeptieren für Menschen hautnah. Jetzt reden wir vielleicht über die Frage, wie man Protagonisten findet, wo zieht man da auch die Grenze, wenn es um, ich sage mal, Dienstleistungen, Hilfsangebote geht. Bei einigen Themen nehmen wir Opfer von, sagen wir mal, Wirtschaftsmachenschaften, Banken etc. Die findet man über Verbraucherzentralen, über Anwälte, vermutlich auch relativ leicht. Hier reden wir ja über ein sehr spezielles Genre, wo es ja fast schon, naja, im Prinzip über das Privatleben der Leute geht, die sich öffnen sollen vor der Kamera. Was wäre denn der saubere Weg? Wie würde eine Autorin solche Protagonisten finden? Also ich möchte erst mal feststellen, dass das ein relativ kleines Segment der Themensuche bei Menschen hautnah ist. Die meisten Geschichten werden tatsächlich von den Autoren an uns herangetragen im Sinne von, ich kenne da jemanden, dem ist das und das passiert. Also wir haben ein menschliches Schicksal, checken das Schicksal natürlich und sagen dann aber, da machen wir einen Film drüber oder nicht. Dann haben wir das andere, was Sie gerade angedeutet haben. Wir haben möglicherweise bestimmte Gruppen von Protagonisten, magersüchtige Männer. Dann wissen wir, bei welchen Selbsthilfegruppen, bei welchen Klinikentherapeuten und so weiter wir suchen können. Ein ganz kleiner Ausschnitt der Protagonisten von Menschen hautnah sind Themen, die sich die Redaktion überlegt hat. Vernunft-Ehe gehört dazu. Und dann wurde gesagt, wir gucken mal, wie wir zum Thema Vernunft-Ehe einen Protagonisten finden. Und die Autorin hat dann in Foren, also zum Beispiel durch einen Facebook-Aufruf, gesucht. Sie hat aber eben nicht gesagt, dass sie auch über komparse.de gesucht hat. Diese Aufrufe stellen einen relativ kleinen Teil der Themen von Menschen hautnah dar. Es ist aber für diesen kleinen Teil der Themen nicht akzeptabel, in Zukunft über komparse.de zu suchen. Wo liegt denn das Risiko bei so einem Portal? Also welche Leute greifen da drauf zu und wo entsteht dadurch auch ein Risiko? Naja, ich habe ja gerade gesagt, ich kann es gar nicht für alle Redaktionen ausschließen. Die TV-Branche lebt von komparse.de und braucht das auch. Wir benutzen in Dokumentationen Darsteller, wenn Re-Enactment-Szenen gemacht werden. Das wird dann deutlich gemacht, hier ist etwas nachgestellt und wird gespielt. Wichtig ist, dass die Redaktion im Einzelfall darüber Bescheid weiß. Es gibt Transparenz. Und entscheiden kann, ob sie es macht. Und wie gesagt, wir müssen ausschließen, dass die Person, die uns eine Geschichte erzählt, finanzielle Interessen verfolgt. Oder dass sie in verschiedensten Rollen mit anderen Themen aufgetaucht ist. Das kann für die ein oder andere Redaktion trotzdem möglich sein. Für Menschen hautnah ist es nicht akzeptabel. Also es kann auch für andere journalistische Formate möglich sein. Stichwort Servicezeit findet man einige Besuche, wie von vielen anderen ARD-Sendern, aber auch privaten zum Beispiel, die für journalistische Genres, nicht nur Unterhaltung, Re-Enactment etc., dass sich Schauspieler suchen, sondern Protagonisten mit einer echten Geschichte. Das ist schon möglich? Ich kann das nicht für alle Formate ausschließen. Ich schließe es für ein dokumentarisches Format, was Gefühlsgeschichten erzählt, wie Menschen hautnah schließe ich es aus. Wie schwer, glauben Sie, ist es für einzelne Formate und einzelne Themenzuschnitte, Protagonisten zu finden? Kommt aufs Thema an. Nehmen wir Porträt rein, nehmen wir persönliche rein, wo es um Beziehungen zum Beispiel geht. Ja, also es ist natürlich richtig, dass die Geschichten, die bei Menschen hautnah erzählt werden, dass das ganz oft sehr persönliche Geschichten sind, dass die Menschen auch sehr Intimes über sich preisgeben. Wenn sie das tun, ist das, weil sie Vertrauen in die Redaktion haben, dann ist das auch etwas Wertvolles, weil unsere Redaktion genau dafür steht, dass diese Geschichten durch und durch echt sind und authentisch und nicht nachgestellt werden. Das ist etwas Wertvolles. Aber deshalb dürfen wir persönliche Schicksale nicht dramatisieren. Wir dürfen sie nicht zuspitzen. Und ich habe nie irgendwelchen Druck in dieser Hinsicht ausgeübt. Ich tue das auch nicht. Ich will nicht, dass irgendjemand, der an dem Produkt beteiligt ist, einen solchen Druck verspürt und sagt, die Geschichte muss aber noch dramatischer und die muss so und so aussehen. Ich möchte, dass Menschen hautnah authentische Geschichten erzählt, die durch und durch echt sind. Und das werde ich so auch noch mal mit der Redaktion und den Autoren besprechen. Die hatten mit der Redaktion Menschen hautnah ja schon Kontakt. Sie haben auch über eine Pressemitteilung erklärt, was da unter anderem auch redaktionell künftig besser laufen soll. Das Vier-Augen-Prinzip soll geschärft werden. Es soll so eine Art Protagonisten-Check geben. Da kann man schon den Eindruck gewinnen, dass die Redaktion vielleicht ja auch nicht ganz so daran interessiert war bisher, wie denn eigentlich die Geschichten, die Filme zustande kamen, oder? Also wo liegt möglicherweise auch ein Versagen der redaktionellen Tätigkeit? Also es gibt redaktionelle Versäumnisse, ist ganz klar. Es wurde unterlassen, die Klarnamen, die fehlenden Klarnamen zu thematisieren. Es wurde unterlassen, zu thematisieren, dass wir schon länger absichtlich an dem Paar dran waren. Das sind redaktionelle Versäumnisse, die gehören sich nicht. Das kann man auch nicht schönreden. Um für die Zukunft so etwas zu vermeiden, haben wir, wie Sie gerade schon beschrieben haben, eben das Vier-Augen-Prinzip jetzt ausgeweitet. Wir werden sehr klarstellen, die Protagonistensuche noch mal, mit welchen Kriterien, an welchen Orten suchen wir wie. Das werden wir alles noch mal mit den Autoren so auch kommunizieren. Wir werden die Gegenrecherche ausbauen, soweit das in dem weichen Feld von Gefühlsgeschichten möglich ist. Und wir werden auch dazu übergehen, das prüfen wir jetzt gerade, dass wir Interviews insgesamt transkribieren lassen, damit man einfach sehen kann, was wurde denn wirklich in dem Drehmaterial gesagt und wie ist die letztendliche Zuspitzung oder die Verdichtung, die dann im Film stattfindet, gibt das insgesamt die Geschichte angemessen wieder. Das klingt nach einem gewissen Aufwand, der da künftig zusätzlich geleistet werden soll. Schafft das so eine Redaktion eigentlich on top oder braucht es da zum Beispiel auch mehr Personal? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, haben Sie völlig recht. Für zusätzlichen Faktencheck und für Transkriptionen durchlesen und so weiter braucht man Ressourcen. Viele Sachen kann man mittlerweile automatisiert machen, aber natürlich brauchen wir da Ressourcen für. Wir sind uns nur alle zusammen einig, dass wenn es darum geht zu zeigen, dass Menschen hautnah echte und authentische Geschichten erzählt, dann ist das so immens wichtig für uns und für die ganze Redaktion inklusive der Autoren, dass wir absolut übereinstimmen darin zu sagen, das müssen wir tun, um in Zukunft die Qualitätssicherung noch weiter voranzutreiben. Sie hatten es ja schon anklingen lassen, dass es gerade in diesem Genre auch viel um Vertrauen geht, auch zwischen Redaktion und Autoren. Wie sehr ist das nach wie vor auch notwendig und Stichwort Gratwanderung vielleicht ja auch, wie gefährlich ist Vertrauen in dem Fall auch? Ja, die Redaktion und die Autoren, sei es menschenhautnah oder jede andere Redaktion, ohne Vertrauen kann man nicht arbeiten. Wenn jemand absichtlich betrügen will, absichtlich böswillig sein will, dann ist es sehr schwer, Sicherungsmechanismen zu finden, die das verhindern. Die Redaktion menschenhautnah arbeitet mit einem großen Vertrauensverhältnis, weil nur, wenn die Protagonisten den Autoren vertrauen und sich öffnen und ihre Geschichte erzählen, gleichzeitig aber auch wissen, meine Geschichte wird authentisch erzählt und die Autoren und die Redaktion müssen sich vertrauen, weil wir in einem Bereich sind, wo man nicht in einer Datentabelle nachgucken kann, stimmt diese Gefühlsgeschichte jetzt oder nicht. Obwohl wir uns in dieser schwierigen Gemengelage befinden, werden wir versuchen, möglichst viele zusätzliche Mechanismen einzuführen, dass sowas nicht mehr passiert, was wir jetzt erlebt haben. Die drei Filme sind nicht nur von derselben Autorin, sondern, wenn wir das richtig gesehen haben, auch von derselben Redakteurin betreut worden. Von der Autorin arbeiten sie nicht mehr zusammen. Die Redakteurin bleibt in dieser Funktion? Ja, die bleibt. Die macht eine exzellente Arbeit. Die Redaktion hat in diesem Fall die Versäumnisse, habe ich schon erläutert, was nicht passiert ist, was in Zukunft geschehen soll. Und wir haben es jetzt mit einer Situation zu tun, dass man sagt, wir werden in Zukunft genau darauf gucken, was ist bei einem Dreh gesagt worden und wie wird es in einem fertigen Beitrag dann zusammengeschnitten und wie wird es verdichtet. Da werden alle Redakteure dran teilhaben. Das heißt, sie werden auch eine größere Informationshoheit haben, als sie das bislang haben. All diese Redakteure leisten aber eine hervorragende Arbeit. Sie sind gewissenhaft und ich habe keinen Zweifel, dass sie das auch in Zukunft sein werden. Exzellent, sagen Sie hervorragend im Rückblick. Zumindest bei diesem Fall bleiben Sie dabei? Die Versäumnisse, die ich gerade beschrieben habe, das sind Fehler, die nicht passieren dürfen, natürlich. Und wir sind sehr offen dabei, das mit der Redaktion gemeinsam zu besprechen. Die Redaktion ist auch sehr unglücklich darüber, wie das gelaufen ist. Und die sind mit voller Kraft dabei, mit mir gemeinsam zu sagen, wir wollen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Weil menschenhautnah ist einfach ein zu tolles Format, was von der Authentizität der Geschichten lebt. Wir müssen alle zusammen daran arbeiten, dass das so bleibt. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen, zu sagen, auch mit der Autorin arbeiten wir dann besser nicht zusammen? Auch im Zusammenspiel mit, hier passiert eine Abstrafung, da passiert keine. Wie fair ist diese Entscheidung? Die Entscheidung, Sie sagen ja jetzt, hier passiert keine Abstrafung im redaktionellen Bereich. Wir sind noch in der Prüfung. Punkt. Die Autorin, ja, wir haben uns entschieden, sie nicht mehr zu beauftragen. Das ist mir schwer gefallen, weil es ist eine langjährige Autorin gewesen, die schon sehr viele Filme für den WDR gemacht hat, die auch in der Redaktion ein sehr gutes Standing genossen hat. Aber wie gesagt, was in dieser Situation bei dem einen Dreh an Zuspitzungen passiert ist, das ist nicht mit unseren hohen journalistischen Standards vereinbar. Deshalb bin ich mit der Entscheidung im Reinen. Und die Konsequenzen, beziehungsweise die Sicherungsmechanismen für die Zukunft in der Redaktion, die besprechen wir jetzt. Und dann werden wir die anwenden. Es gab, kann man schon sagen, eine relativ breite Berichterstattung zu diesem Thema, obwohl das überhaupt nicht vergleichbar ist, was da qualitativ passiert ist. Und von der Dimension her mit dem, was dem Spiegel im Dezember bekannt geworden aufgefallen ist, wie groß, glauben Sie, ist draußen der Glaubwürdigkeit schaden durch diesen Vorgang? Ich glaube, der ist nicht so groß, weil wir auch relativ schnell gehandelt haben. Wir haben gesagt, danke für den Hinweis, dass hier was nicht stimmt. Wir haben durch unsere eigene intensive Aufarbeitung festgestellt, was alles noch nicht gestimmt hat. Und wir haben dann sehr konsequent gehandelt. Und vor allem haben wir für die Zukunft sofort darüber geredet, was müssen wir tun, damit das nicht mehr passiert. Und ich glaube, das ist unsere Chance, eben den Zuschauern draußen auch zu zeigen, das ist uns sehr ernst. Das ist wirklich das höchste Gut, was wir bei Menschen hautnah haben. Echte, authentische Geschichten. Und ich setze meine ganze Energie daran, dass das auch in Zukunft so sein wird. Vielleicht abschließend die Branche nach dem Spiegel. Sie sorgen im Fernsehen, also Sie sorgen in falscher Formulierung. Die Entwicklung jetzt hier beim WDR, auch wenn sie viel kleiner ist, sorgt unter Fernsehkollegen für Diskussionen, wie man auch Standards einziehen kann, Stichwort Fact-Checking. Erleben Sie das jetzt inzwischen als branchenweite Diskussion? Wie kann der Journalismus seine Glaubwürdigkeit halten? Wie kann die Authentizität der Geschichten am Ende auch gewahrt bleiben? Oder sind das für Sie so, sagen wir mal, singuläre Effekte, die jetzt nur zeitlich ein bisschen zusammenfallen? Ich glaube, die ganze Branche stellt sich die richtigen Fragen zum Thema Glaubwürdigkeit. Wir haben Bereiche, wo es schon ein umfassendes Fact-Checking gibt, im investigativen Bereich zum Beispiel, wo man klar harte Fakten recherchieren kann. Aber wir müssen eben auf die weichen Felder gucken, wo emotionale Geschichten erzählt werden, wo Lebensschicksale erzählt werden, die einem Fact-Checking halt nicht zugänglich sind. Und ich glaube, es ist absolut für unsere Existenzberechtigung absolut notwendig, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und dass wir da jetzt eine Maßnahme finden, um zu sagen, gemeinsam mit der Redaktion und den Autoren ziehen wir an einem Strang, damit wir nach außen wirklich mit stolzer Brust sagen können, hier ist alles echt, hier ist alles authentisch, wir tun alles dafür, wenn uns Fehler unterlaufen, kümmern wir uns sofort darum, diese zu beseitigen und wir gucken für die Zukunft drauf, was müssen wir tun, damit das nicht mehr passiert. Ich glaube, das ist für uns Journalisten generell einfach eine Frage der Existenzberechtigung. Sie sind ja aufmerksam gemacht worden von einem Kollegen letztlich, auch wenn er im Sportbereich arbeitet, über Twitter. Es gab auch Kommentare unter den eigentlichen Videos, unter anderem bei YouTube. Wie wichtig ist für Sie dieser Rückkanal inzwischen, auch wenn es darum geht, tatsächlich in Anführungszeichen sauber zu bleiben? Der Rückkanal ist natürlich wichtig. Sie haben es ja völlig richtig gesagt. Wir haben den entscheidenden Hinweis aus dem Rückkanal bekommen. Richtig ist auch, dass wir seit über einem Jahr jetzt diesen WDR-Doku-YouTube-Kanal haben, wo man eben die Dokus auch im Netz ganz anders sehen kann als vorher. Und wir haben es jetzt einfach mit wirklich großen Herausforderungen der digitalen Ausspielwege zu tun. Wir haben knapp 200 Dokus im Netz vom WDR. Wir haben durchschnittlich pro Film 5000 Kommentare. Wir haben jetzt in der Rückschau die 80.000 Kommentare des vergangenen Jahres durchgeschaut, um zu gucken, was wurde da gesagt, wie haben wir darauf reagiert. Es kann sein, es gab sehr viel Lob, auch sehr viel Lorbeeren für unsere authentischen, echten Geschichten. Wir haben eine sehr große Fangemeinde, muss man sagen. Wenn uns Kommentare, kritische Kommentare, irgendwie untergegangen sein sollten, wenn wir nicht angemessen darauf reagiert haben, dann tut mir das leid, das ist keine böse Absicht. Wir müssen uns auch auf diese neuen Ausspielwege einstellen. Wir haben im vergangenen Herbst schon unser Community Management deshalb aufgerüstet. Da arbeiten jetzt mehr Menschen, dass man eben angemessen reagieren kann. Aber auch da gucken wir jetzt kritisch drauf. Und wir müssen halt einfach sehen, wir haben einen ganz anderen Rückkanal und wir haben eine ganz andere kritische Nutzerschaft im Vergleich zum linearen Fernsehen. Wir müssen da angemessen darauf reagieren. Wenn da irgendwelche Hinweise kommen, müssen wir da genauso darauf reagieren, wie wir früher auf einen Zuschauerbrief reagiert haben. Die haben in dem Fall ja offensichtlich nicht so nach dem Motto versucht, ja, das hat uns jetzt jemand auf Twitter geschrieben, vielleicht macht das nicht die große Welle, sondern gesagt, da müssen wir sofort ran. Wie schwierig ist das? Als ich diesen Tweet gelesen habe, habe ich sofort als allererstes mir die Doku nochmal angeguckt und dann eben hier im Sender auch die anderen Dokus. Ich habe sofort darauf reagiert, weil wir müssen davon ausgehen, dass auf Twitter, gerade wenn es Nutzer sind wie dieser Sportjournalist, den Sie gerade genannt haben, wir müssen davon ausgehen, dass das Menschen sind, auch ganz normale Zuschauer. Die stellen Unstimmigkeiten fest und die melden sich. Und wir sind dazu da, das ernst zu nehmen. Wir sind nicht mehr nur Sender, sondern wir sind Sender und Empfänger. Und da müssen wir uns natürlich auf ganz andere Arbeit einstellen, wenn wir diese Zuschriften ernst nehmen wollen. Und da werden wir auch in Zukunft drauf schauen müssen, dass wir uns da noch besser aufstellen. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank.